Wir freuen uns sehr, dass du da hast eingeschult. Wir freuen uns auch, dass wir von dir auch gerne mit dir in Klinik-Pit-Gewalt 100 mitteilen. Wir haben da eine ganz neue Kreuzfahrt, eine Cruise von Vancouver nach Alaska. Dort ist nächstes Jahr vom 18. Juni bis den 25. Juni. Dort ist eine 7-durchsche Schöpereis von Vancouver nach Alaska. Dort ist sehr schmuck. Dort ist eine von unseren besten Kreuzfahrten, die wir hier haben. Dort sitzt da so fern, in der Tür ist so fern. Dort sind so eine fernvolle Beine und wir mit Schneidebüren. Dort ist eine so eine fernvolle Sache. Auch wenn wir die Stimmung heute, wir können dort mäßig laufen. Dort ist das dort, Frau Bjeif, dass wir dort noch nicht euren Gesäuern haben. Wir haben die Kreuzfahrten jetzt einen Weg. Von Vancouver nach Alaska. Und dann von Alaska muss man drei Fliegen. Bloß dass ihr das wisst, das ist eine Wachdaadhand. Dort sind 7-durchscheidungen auf dem Meer. Und wir werden dort auch vielmehr online fahren. Und wenn ihr euch in allerhande Sachen auslesen, was ihr dort willet, dort sind auch eine ganze Reihe extra Sachen, was ihr die bestellen kost. Ich wollte auf diesem Video das alle fern erklären. Und wenn ihr das Video beim Eintrittchen da ist, dort wirst du die Zeugne gekriegt, wo ihr dort alle machts uitfallen. Wo du kannst ausfällen, wo du die Zeugne kost. All die Plakaten wirst du fern abdäunen, dort du fern Zeugne kost. Dort sind auch acht Gruppenbüren. Dort sind Musikgruppen, auch Redeners. Und diese Gruppen sind alle auf Englisch. Nicht auf Plotisch. Die Plotische haben wir nun in Fiberworte gekannt. Das ist im Juni und das ist alles auf Englisch. Aber das ist ein Christliche Gruppen. Dort werden viele Menschen nicht zu sehen von Nordamerika, von Kanada, USA und ich sie mir auch sagen von Mexiko. Und wir würden uns auch sehr freuen, weil wir wollen Paraguay, Bolivianen, Brasilianen, Diensten, wo immer du gewohnt hast, als Plotische, das möchte ich dir überwärglich ansparen, diese Gelengenheit wotern nehmen. Diese Gruppe ist ein Natbietje Dierer. Die ist nicht so billig als die Plotische. Wenn es die Plotische ist, muss man für Feierdeuern. Diese ist sieben Dierer. Und die ist, ich würde hier mal bezeichnen, wie du das hier hattest, der billigste Preis ist 1200 Dollar. Und dann der mittelste Preis, der ist 1400 Dollar. Dort ist dann der Schlupfstuhl mit einem Fenster, der du mehr Töte kostest. Und dann habe ich die Dierste, der sind 2000 Dollar für eine Person. Und dort ist dann von diesem Schlupfstuhl, das kostet du dem Schlupfstuhl rückgungen, ab dem Balkan, ab und durch den Däschen, steuer. Dann kostet du von dir Sette, ab und mehr Töte, ein Kofferdrinkchen, oder eine Mathe, oder immer du wirst. Dort wird das sehr schmuck sein. Und wir würden uns sehr freuen, wenn die, ich würde sehr schwindelig abschneiden für das. Wenn die abschneiden, dann muss die 400 Dollar antölen, 400 Dollar für eine Person. Ich würde die Flugzeuge alle fern erklären. Was ich Ihnen sagen möchte, diese Kruise, wenn die in Alaska angekommen ist, nur 7 Dierer auf dem Meer sind, dann habe ich da noch einmal feier Dierer, wenn du wirst, dort wird extra, dort kostet 1000 Städte Dollar. Dort ist ganz viel extra. Dort kostet wir feier Dierer auf einem Resort, und dort habt ihr fern Ausfliege in den Bönen, in alle Hohen Gletscherseine, in sehr fern Lohnschaften in Alaska, wenn die dort wählen wollen. Wir würden uns bloß sehr freuen, wenn du die Bösen entscheiden möchtest, so schwindelig die Abtusszene mit uns und dieser Alaska-Cruise zu kommen. Ich sage Ihnen, wenn Sie mal eins vor auf der Welt wollen, fern Naturzene und fern Lohnschaften zu sein, das würde das sein. Im Juni, nächstes Jahr. Dünchen abzahlen, wenn Sie die Ausflüge stellen, wenn Sie das Rüttchenfeld haben, dann schät Sie die Formularen nach uns. Dann wollen wir von hier wieder mit Pennsylvania arbeiten. In Pennsylvania sind die Headquarters, mit diesem Typ Orbeid, das sind auch Männerniete, wird das alle organisiert werden. Wir sind eine von diesen acht Gruppen, die auf diesen Shop werden, Musik machen, auch wir reden dürfen, und das wird alles auf Engelsch sein. Vielen Dank, Schoen. In der Küche sind diese paar Bilder nach Hause. Ich dachte mir, ich muss euch noch ein paar schöne Bilder zeigen, dass ihr seinig hennen, wie es schmacht da ist. Und dann, nur die Bilder, sind die Formularen, die du die kannst ausfällen. Willkommen an Bord nur Alaska. Ich dachte mir, ich muss euch ein bisschen zum Vorbilderwiese. Das ist ein Konzert auf dem Shop, das sei der Mensch oder der Stunde. Hier, in diesem Fall, sehe ich da auf die Bühne mit mir noch Haupttab. Wir hoffe, dass ihr euch wurde, dass das gerne mit uns da auf dem Shop in der Ferne-Tit haben. Es soll nur seine Ferne-Landschaften sein. Das sind die Bord in Alaska, da fuhr das Shop dann ganz langsam vorbei. Hier unten im Boot, da auf dem Meer, sei ihr Eisbieter. Und dort ist, ob es sei, zum Staunen, dort sind Eis, auf dem Boot, da schwärmt das. Und dann, wenn ich auf dem Meer, seh ich den Sonnenuntergang, dann steu ich da auf dem Shop, und ich hätte wieder Sonnenuntergehäten, und seine der Falle da. Dann hier sieht es, fuhr es noch einmal sein Fernebild. Dort sind Gletscher, dort soll, weiß nicht, für hunderte Jahre, hunderte Jahre, das dort gerade Eis, dort wird das, all das Dichet Eis. Dann breit ich das auf, dann schildert ihr das Dich, und das sind so eine kleine Tische-Spur, die dann nicht der Sonnenuntergang auf dem Eis. Wow. Und dann hier sitzt es noch einmal, Schmack vom Shop, so Rüttetje, und der Shop ist so 12 Stock hoch, das ist ganz hoch, das Böebeste da. Und dann hier sitzt der Böe, das ist noch ein ewiger Eis-Schneiderböe, und da unten sitzt du der Boot vor. Und dann hier sitzt es, Ans Crew-Shap da unten, du beziehst es nach einem Airplane, der sich halt am Böderlande, du kannst so eine Hecht vor, und dann vom Böeerauf tue, und dann hier noch einmal, sehr schmack, boi, das war sehr schmack. Ich hoffe, dass ihr eine fähne T-Time mit uns, hier auf dem Shop, und Gott seine fähne Sache sein, was hier für uns gemerkt habt. Hier kostet ihr das Plakat seine, von unserer Alaska-Cruise. Der Shop ist dort hier seine, die Musikgruppe kostet dort seine, auch der Redner. Das ist der Forum, was ihr mal der Utefälle. Ich will euch das mehr zu erklären, in Einzelt, weil ihr das mal da unten tapen, und wird ihr da unten inschrieben, und das wird dann ganz klar, dass ihr keine seine, und dann wird das auch ganz einfach sein, für euch das ganz fähne Utefälle, und ganz recht Utefälle. Das ist mein Passport, ich habe das hier, das steht nicht hier, dass ihr keine seine, dass ihr mal klar sein soll, ich brauche nicht klar sein, das kann ich schwart und wit sein. Ich habe meine Nummer hier alle verändert, aber das ist auch ein Dänt, so an sich, ich soll euch lauten, weil ihr mich hier in einem feinen Kopie schreibt, von euch ein Passport zu steht. So, ihr habt erst die Nummer an, und ihr habt ihr geburtstag, und von wann du bist, und wann du geboren bist, dein Passport, seine Nummer, wann er der expired ist, wann er der Utefälle ist, und wo ihr den Passport gemerkt habt. Und dann da unten links ist die Adresse, deine Hausadresse, und deine Stadt, und deine Dopp, oder klein, wo du wohnst, kurz gesagt, hier macht ihr eine ganze Adresse ab. Und dann da ihr die Föhnnummer durch habt, und die Selfonnummer, und dann deine E-Mail-Adresse. Wenn eines was passieren soll, dann würde jemand ein Name geben hier, in der Föhnnummer, und auch auf dort die Freundschaft ist, auf den Sehen ist, oder auf dort die Brüder ist. Wenn du eines besondere Bedürfnisse hast, dann muss ich das hier mal ein Name schreiben, was immer dort wird sein. Wenn du krank bist, oder Vorstellbruckst, oder eins oder was. Ich habe ein Passagier, wo der Maier aus 24, während ich schwanger ist, dort auf den Schatten ab. Dann kriegst du das hier bloß an. So, hier musst du noch anklicken, auf du wirst Banner in einem Raum haben, oder auf du wirst ein Fenster haben, oder auf du wirst ein Balkan haben. Wenn du diese drei Sachen wirst, da unten, dann wirst du alle drei mal da anklicken. Das sind extra Sachen, die kostet da unten, wenn wir am Land sind, wenn wir mit dem Scherp rüht gehen, dann kostet die hier seine Sachen da unten. Eine ist 41 Städte Dollar, 135 Städte Dollar, und 109 Städte Dollar. Wenn du ein von dir wirst da unten, oder alle, dann darfst du das anklicken. Wenn wir in Alaska sind, angekommen mit der Kreuzfahrt, mit dem Scherp, dann kostet die noch einmal feier, der wird extra da unten, noch Denali Park, für 1000 Dollar, extra. Wenn du dort was da unten, dann wirst du auch hier mal da anklicken. Dort brauchen wir drei Worte wählen, dort ist ganz freiwillig. Wenn wir in Alaska sind angekommen, wenn du nicht wirst, der extra Feierdeo dort unten, dann kostet die vom Scherp nach dem Flughafen, nach dem Airport, gebraucht worden, für 90 Städte Dollar. Am 17. Juni, wenn ich in Vancouver ankomme, wenn ich würde, wenn ich ein Hotel sein will, dann darf ich dort anklicken. Im nächsten Morgen werde ich dann für 20 Dollar vom Hotel nach dem Scherp gebraucht worden. Dann darf ich dort hier anklicken. Wie würde ich jetzt auch sehr anspannen, die insurance zu geben, die Sicherung, wenn jemand einmal krank ist, oder wenn jemand anders zu senden, dass die Versicherung hat. Du darfst bloß anklicken, aber auch sicher, dass ihr das da unten wenst, dort leicht ist, und dann sage ich, dass ihr das da anklicken könnt. Wenn jemand eurer sind, auf Sillen, Sing, Kruisje, Kruisfahrt, dann würde ich uns fragen, wenn ihr hier anklicken, damit ihr oder nicht. Ich möchte jetzt auch bloß sagen, dass 100 und 19 städtische Dollar die Töne, jeder einer, für die Tipps, für Propiener, für die, auf dem Scherp, die Menschen, die in Bad abriemen, in Rentenferien, in all so eine Sache aus dort, so dass ihr auf dem Scherp keinen Brücken Propiener geben, keinen Tipp geben, das ist alle betont dann. Den Tag, wann ihr hier anklicken, auf dem Scherp, muss ich unbedingt eine Kreditkarte haben, eine Visa, Mastercard oder so was, und die muss ich unbedingt haben. So, nun möchte ich dir noch ein bisschen erklären, wie ihr das betont könnt. Für jede Person, was am Scherp nachkommt, muss die 400 städtische Dollar antälen. Die kann ein Check uitschreiben, für Sale and Sing, oder Money Order, und dann kann ich dort nur die Adresse checken, was ihr hier gebt habt. Da ist eine doppelte, raude Länge, da ist alle Informationen, die kann ich dort sein. So, wenn ihr auf die Start wählt dann kann ich dann doch ein Scherp, wenn ihr einmal wählt, mit Visa oder Mastercard betont, dort kann ich auch da, dort würde ich dann 5% kosten, dort würde ich die aufnehmen, dafür. 4%, wo ihr dafür tollen müsst, wenn ihr die Visa oder Mastercard brücken wollt. Und da würde ich YouTube-Auto röde, wenn ihr uns dann vielleicht bloß, dass ihr mit Whatsapp oder mit dem Phone uns anruppet, und uns die Nummer gebt. Nicht das Uitfalle hier. Wenn ihr uns mit abpasst, dass der Visa-Karte nicht eins für Uitgefällt wird, dass Menschen dich stehlen können. So, wenn ihr da einmal wählt, dass es dort, dann dort uns bloß phonen, dort uns bloß mit Whatsapp anruppen, und dann wo wir gehen Frauen oder die Nummer, dann wo wir hier, und dann wo wir da mit Jund Park taub in der Pennsylvania schäten, wenn ihr das dort wählt. Wie würde uns sehr freuen, wenn ihr uns konnt, der Einzelherde das dort geben. Ich hoffe, dass ich dort mit der Petrolle hier gut erklärt habe für Jund. Ich hoffe, dass ihr das ganz einfach Uitfalle, wenn ihr eins für neue Frauen habt, das einfach bloß auf dem Whatsapp ein Audio schäte, und dann wo wir Jund wieder helfen. Wie wünsche die in deiner Familie gott sehen, sei was Gott für uns gemerkt hat.